Manchmal werde ich gefragt, ob es nicht langweilig würde, immer wieder das gleiche Werk aufzuführen. Ich antworte dann gerne mit einer Gegenfrage, kennen Sie das Werk? Es gibt so unglaublich viele Möglichkeiten, das Werk aufzuführen. Solistisch, mit großem Chor, mit kleiner Continu-Besetzung oder mit reichhaltigem Instrumentarium. Man kann es liturgisch machen, mit regionischem Gesang oder streng nach Konzertrichtlinien im Konzertzahlen. Es gibt unfassbare viele Möglichkeiten und alle sind so spannend und alle sind so unterschiedlich. Es wird nie langweilig. Ich bin sehr dankbar, hier zu sein, um das Konzert zu gestalten. Vielen Dank! Untertitelung des ZDF für funk, 2017